ja löschenlotte zu einem kleinen video auf dem kanal der unlucky nerds wieder ja eher so ein vlog gedönst denn ich muss sagen wenn björn die kamera schon hat dann nutze ich sie auch wir haben heute den mittwoch also den ersten tag seitdem ich bei björn bin und da björn danny gerade beim pokern spielen sind und ich keine ahnung hat von pokern muss ich sagen habe ich mir gedacht nutze die zeit doch mal und ja nehme ein kleines video auf und zwar habe ich ja vor ein paar tagen ein video aufgenommen zum thema dass mir irgendwie die lust ausgegangen ist und sonstiges da hat er ganz coole kommentare drunter geschrieben muss ich ja sagen und ich muss ganz ehrlich sagen auch wenn ich selbst gerade den ersten tag erst bei björn bin oder wuppertal muss ich sagen war es glaube ich so das was ich mal wie so ein bisschen gebraucht habe weil irgendwie hat mich hat mich jetzt sowas von die lust gepackt ich hoffe also ich fahre ein paar autos lang an der hauptstraße da hinten ich hoffe dass es nicht zu laut auf jeden fall hat es mich jetzt wieder ein bisschen lust gepackt auch also die vlog geschichte sowie jetzt einfach mal ja raus zu bringen einfach mal aufzunehmen und so weiter ich selbst werde mir die kamera also canon legger heißt es glaube ich werde ich mir auch noch zu werde ich mir auch noch besorgen eher so gesagt und ja einfach mal dann ein paar videos rausbringen das gute ist dann kommt schon jemand mich kennt hier keiner da ich ja eigentlich 300 kilometer von wuppertal entfernt wohne von da ist es mir ganz egal ob mich irgendjemand hier beim filmen sieht oder sonst was könnt euch auf jeden fall sicher sein dass in der nächsten zukunft ein paar videos kommen einfach ja auch so zu der video geschichte und sowas geradeaus so lange wir noch bei björn sind und alles und ich glaube dass ich mal wieder lust habe die alten zeiten von meinem kanal aufzuholen sozusagen nur dass ich diese zeiten nicht auf meinem alten kanal aufhole sondern auf einem neuen auf meinem neuen genau auf dem unkanal sprich ja ich glaube da werde ich mal demnächst also sobald ich wieder zu hause bin sprich den nächsten mittwoch ist der letzte tag wo ich bei björn bin sprich donnerstag freitag also dauert nur ein paar tage auf jeden fall nachtag gamescom halt ja werde ich mal so ein paar projekte glaube ich raushauen und ich hoffe natürlich sie kommen gut an bei euch was da alles kommt sag ich noch nicht denn ganz so hundertprozentig genau was ich das auch noch nicht aber ich muss sagen ich glaube die zeit so bei björn perfekte hintergrund war so ein auto das haben wir geil ja weil ich glaube einfach so das ist das hier was ich mal wieder so ein bisschen gebraucht habe ich glaube ich habe mir einfach in letzter zeit zu viel gedanken gemacht über diese ganze youtube geschichte und sowas dass ich mir ja wirklich einfach zu sehr in kopf drauf gemacht und jetzt ich weiß nicht wie ungespielt und sowas das machen das ist echt kamera schon kleines gewicht und wenn du die ganze zeit deine hand so halt muss dann ist das schon ganz schön anstrengend aber wie gesagt ich glaube ich habe mir einfach zu viel kopf gemacht über die ganze geschichte und habe einfach mal wieder sowas wie danke kirchenglocken habe mir einfach mal sowas wie ja diese auszeit einfach mal gebraucht einfach mal wieder bei den anderen seien und so weiter ich würde das video gerne noch länger gestalten habe da hinten gerade einen wagen lang gefahren und das ist leider unsere pizza von daher benne ich das video hier mal aber ja das wollte ich einfach mal berichtigen sozusagen dass ich glaube dass ich weiß wo ich stehen bleibe wie ich es in dem video so schön hinterfragt habe ja ich hoffe es war jetzt nicht zu durcheinander oder sowas und ja bis zum nächsten mal haut rein